Millionen TV-Zuschauer lieben sie in der Rolle als bayerische Hebamme Lena Lorenz, die ihre Patientinnen mit Herz- und Einfühlungsvermögen umsorgt. Die Rede ist von Schauspielerin Patricia Aulitzki. Die gebürtige Österreicherin hat zwar eine geballte Ladung, Schauspieltalent vorzuweisen, doch eine geradlinige Karriere sucht man bei Patricia Aulitzki vergeblich. Die in Salzburg geborene Krebsfrau, die mit zwei Brüdern und einer Schwester aufwuchs, hielt nach dem Schulabschluss nichts mehr in ihrer österreichischen Heimat. Mit dem Abitur in der Tasche tat sie es ihren in aller Welt verstreuten Verwandten gleich und erkundete Südamerika und Kanada, bevor sie in der britischen Metropole London hängen blieb. Hier, an der Thämse, entdeckte die junge Frau ihre Leidenschaft fürs Singen und Schauspielern. Nach der Rückkehr nach Österreich, wo sie vier Jahre lang in Wien die Schulbank drückte, wurde Patricia Aulitzki zur Schauspielprüfung zugelassen, die sie 2003 mit Bravour meisterte. Kaum war Patricia Aulitzki als Schauspielerin aus der Tür der Schauspielschule getreten, wurde sie auch schon vom Fleck weg im Kapitoltheater in Düsseldorf engagiert. Die Verbundenheit zu den Brettern, die die Welt bedeuten, hat sich Patricia Aulitzki bis heute bewahrt und steht neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere immer wieder auf der Theaterbühne, unter anderem in Frankfurt, München oder Wien. Inzwischen hat die Weltenbummlerin zwei Wohnsitze und pendelt zwischen Wien und Berlin. Wie Patricia Aulitzki in einem Interview gestand, sei ihr sowohl das Leben in der Stadt als auch das auf dem Lande wichtig, weshalb sie einen steten Wechsel ihres Lebensumfeldes schätze und sich mit ihrem Nomadenleben als Schauspielerin arrangiert habe. Patricia Aulitzki hat sich ihre Reiselust bis heute bewahrt, wie sie in einem Interview verriet. In Sri Lanka habe sie beispielsweise Yoga und Ayurveda für sich entdeckt und habe das Land per Motorrad erkundet. Mehr Zeit fürs Reisen hätte die Schauspielerin ja jetzt. Bereits im April 2018 kündigte Patricia Aulitzki an, dass sie die Reihe Lena Lorenz verlassen wird. Ich durfte dieser modernen, eigenwilligen, starken Frau in den letzten vier Jahren in 14 wunderbaren Filmen Leben einhauchen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, so die damals 39-Jährige auf Facebook. Sie brauche als Schauspielerin neue Herausforderungen, die ihr ihre Rolle als Lena Lorenz offenbar nicht mehr bietet, gesteht sie dem österreichischen Kurier. Ich sehne mich nach dem Wandel und muss deshalb meinem Bauchgefühl folgen. In Sachen Hobbys und Leidenschaften ist ja Lena Lorenz da sehr offenherzig. Doch wie sieht es mit Angaben zum Privatleben von Patricia Aulitzki aus? In diesem Punkt ist die Österreicherin mindestens so eigensinnig wie ihr Serienalter-Ego Lena Lorenz. Ihr Privatleben schirmt die Salzburgerin vehement ab. Anfang 2019 wurde jedoch ein süßes Geheimnis offenbar. Patricia Aulitzki wurde Ende 2018 zum ersten Mal Mama. Maximilian heißt das kleine Bündel Glück, das die Schauspielerin seitdem Mutterfreuden erleben lässt. Maximilian hat mein ganzes Leben durcheinandergewirbelt, gab die überglückliche Mama in Bild zu Protokoll. Ganz nebenbei verriet die Schauspielerin auch, dass sie nach einer heimlichen Hochzeit inzwischen verheiratet ist. Doch die Identität ihres Ehemannes gab die Schauspielerin nicht preis.